Die heutige Folge hat ein Sponsor Blinkist. Würdest du gerne mehr Bücher lesen und mehr lernen über bestimmte Themen, dir fehlt aber einfach die Zeit dafür. Blinkist ist eine App, die ich selbst seit fast drei Jahren benutze, wenn ich gerade neue Ideen oder Inspirationen suche. Und mit der App kannst du dir die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder dir anhören, wenn du gerade unterwegs bist, in der U-Bahn, im Auto oder auf der Couch liegst. Die Titel gibt es auf Deutsch und Englisch und darunter auch haufenweise Sachbücher über Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Glück, Inspiration und so weiter. Und zu meinen Lieblingstiteln zur Zeit gehört Ich weiß nicht, was ich wollen soll von Basskast und Die Weisheit der Stoiker von Massimo Piliucci. Und jeden Monat kommen ungefähr 50 neue Titel hinzu. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer vom MyMonk Podcast auf blinkist.de slash mymonk bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und es gibt auch ein Probeabo, mit dem du alles kostenlos testen und dir in Ruhe anschauen kannst. Ich buchstabiere es mal, B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash mymonk, mymonk zusammengeschrieben. Viel Spaß beim Ausprobieren. Hi und herzlich willkommen beim MyMonk Podcast, der dir hilft, deinen Weg zu gehen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du da bist. Und wir reden heute darüber, warum wir weniger reden sollten und mehr tun sollten. Und es geht darum, dass wir, wenn wir reden, Dinge sagen, hinter denen wir wirklich stehen und die wir dann eben auch liefern und leisten. Wir werden heute über Zen-Meister, Charles Bukowski, geschmolzene Nutella-Gläser, blinde Flecken und die Spartaner sprechen. Es gibt nicht eine Welt, in der wir leben. Wir leben in zwei Welten. Die Welt der Worte und die Welt der Taten. In der Welt, in der wir hören, lesen, reden und in der Welt, die wir sehen und beeinflussen mit dem, was wir tun. Je weiter diese beiden Welten auseinanderklaffen, desto mehr öffnet sich dazwischen so eine Art Jauchegrube. Und desto mehr stecken wir in der Scheiße als Gesellschaft, als Unternehmen, aber auch als Familie und als Einzelne. Wir müssen da nicht lange suchen für Beispiele. Das fängt im Großen an, Unternehmen, die Millionen für ihre Nachhaltigkeitsberichte und Werbekampagnen ausgeben und dann Affen vergasen. Und die Chefrie gesagt, huch, wusste ich gar nicht, hat irgendeine Putzfrau bestimmt ganz allein entschieden, das einfach mal auszuprobieren. Oder Politiker, die einem weismachen wollen, wie schwer und hart all diese Verhandlungen sind. Und dass das eben ewig lange dauern muss und die aber mal ganz geschmeidig irgendwie richtig schön schnell und fast unbemerkt ihre Diäten raufsetzen. Wobei schon das Wort Diät an der Stelle was leicht Absurdes hat. Aber wir müssen gar nicht so weit und so hoch nach oben schauen. Ein Blick zu den Menschen, mit denen wir Kontakt haben, reicht da schon. Bekannte und Freunde und Kollegen, die ständig von ihren großen Plänen erzählen, Jahr für Jahr für Jahr und auch nie so richtig aus dem Knick zu kommen scheinen. Leidenschaftliche Entrepreneure, die von ihren weltverändernden Apps und Innovationen erzählen. Jedem, der es hören will und jedem, der es nicht hören will. Die sich in ihren Hipster-Klamotten oder schon mal zur Sicherheit für abgekauften schicken Maßanzüge einen drauf runterholen, wie gigantisch sie das Game-Changen werden, Disrupten und Milliardäre werden, bald schon. Und den ganzen Tag auf irgendwelchen Start-up-Kongressen abhängen, statt sich endlich mal in die Arbeit zu machen. Oder Autoren und Blogger, die anderen versprechen, sie zum Erfolg zu führen und zur ganz tollen finanziellen Freiheit. Und die selbst entweder nichts verdient haben bisher und bei Mutti im Keller wohnen oder ihr Geld nur mit solchen Versprechen machen. Was eben so ein inzestuöser Kreislauf ist. Ich zeige dir, wie man Geld verdient. Übrigens, ich habe nur damit Geld verdient, dass ich dir zeige. Und wir können sogar noch näher heranzoomen. Auf uns selbst. Ich habe manchmal monatelang nicht meditiert, obwohl ich immer wieder die Vorteile davon predige. Ich habe, wer weiß, wie viele Texte über Zufriedenheit und so geschrieben. Und war auch dann, als ich schon von meinem Ding, von meinem Monk leben konnte, von dem, was ich liebe, ohne mir den ganzen Tag im Büro irgendwelche Aufgaben anschaffen lassen zu müssen, die ich sinnlos finde. Wie geil ist das eigentlich? Trotzdem war ich oft noch super unzufrieden. Damit, dass ich zum Beispiel nicht noch mehr Leser, Hörer oder mehr Geld habe. Ich habe genauso viele Texte darüber geschrieben, dass man die Dinge doch gechillt betrachten kann. Und mich so oft aufgeregt und in Horrorvorstellungen verstrickt. Ich kotze mich aus darüber, dass an der tiefsten Stelle im Ozean in Fischen Plastik gefunden wird und kaufe trotzdem selber noch viel zu viel verpackten Mist. Und jetzt kommt's. Ich habe auch so ein Auto eines Herstellers, der Tiere echt misshandelt hat und habe bisher noch nicht mehr sicher geplant, es zu verkaufen. Und ich kann auch nicht mal behaupten, dass meine Haushaltshilfe dafür verantwortlich ist, weil ich keine habe. Naja, darüber nachzudenken, was in der großen Welt schiefläuft, bringt jedenfalls relativ wenig, gut, es lenkt mich manchmal sehr angenehm ab und ich kann mich aufregen und mich irgendwie kurzfristig besser fühlen, ohne selbst was in die Hand nehmen zu müssen. Aber davon abgesehen nützt das echt wenig. Es ist, als würden wir verlangen, dass über die ganze Welt ein Teppich gelegt wird, weil es uns sonst zu kalt an den Füßen wird, statt dass wir uns einfach selber Schuhe anziehen und gut ist. Also lohnt es sich doch am meisten, wenn wir unseren Blick immer wieder auf uns selbst richten. Das ist schließlich die einzige Stelle, an der wir die beiden Welten enger zusammenführen können. Die Welt des Wortes und die Welt der Taten. Sodass wir weniger in dieses stinkige Loch dazwischenfallen. Bei anderen fällt uns das recht leicht, die Diskrepanzen, das Unauthentische festzustellen. Zum Beispiel bei der schicken Frau, die mit ihrem Latte Macchiato aus dem 250 PS Porsche Cayenne steigt, um im Biomarkt gestreichelte Tomaten für 18 Euro das Kilo einkaufen zu gehen. Oder wenn ein Freund sagt, oh Mann, die Frau an meiner Seite ist echt die Beste der Welt, ich liebe sie so, irgendwann werde ich sie heiraten. Und ihr dann sogar treu sein. Oder beim Chef, der sagt, meine Mitarbeiter sind meine größten Schätze. Und dann, naja, die Mitarbeiter nicht unbedingt mit Schätze behandeln. Bei uns selbst kann es schon ein bisschen schwieriger sein, diese Diskrepanzen zu sehen. Aber auch das finden wir raus. Wichtig ist das, weil wir vielleicht am Anfang denken, dass unsere Worte, unsere Behauptungen und Versprechen was bedeuten. Und das tun sie. Aber nur für eine Weile. Am Ende wirst du mich nach meinen Taten messen und beurteilen. Und wenn die beiden Welten, Wort und Tat, zu sehr auseinanderklaffen, wirst du mir nicht mehr zuhören. Und wenn sie bei dir auseinanderklaffen, werden die anderen nicht mehr zuhören. Das ist dann wie in dem Ausspruch, was du tust, spricht so laut, ich kann nicht hören, was du sagst. Neben dem Wort authentisch, um das echt ein bisschen abgenudelt ist inzwischen, mag ich ein anderes Wort sehr gern, Integer, Integrität haben. Das vom lateinischen Integritas stammt und unversehrt oder vollständig heißt. Unversehrt, weil wir, wenn wir Integer handeln, im Einklang mit unseren Werten und Worten stehen, unseren Standards und Prinzipien treu sind und deshalb weder unserem Selbstbild schaden, noch dem Bild, das andere von uns haben. Integer und authentisch sind wir, wie es Dr. Seuss ausdrückte, Zitat, wenn wir sagen, was wir meinen und meinen, was wir sagen. Und was wir meinen, das zeigt sich dann eben am besten in unseren Handlungen. So, dann schauen wir uns mal an, wenn du magst, wo wir vielleicht doch noch mehr das ausleben könnten, was wir sagen und was wir brauchen, um noch ein bisschen authentischer durch den einen oder anderen Lebensbereich zu gehen. Ich meine, die wichtigsten Abweichungen sind uns oft intuitiv oder wie auch immer klar. Wir wissen, wenn wir unseren Kunden oder unserem Chef mehr versprechen, als wir leisten können oder wollen. Wir spüren, wenn wir etwas sagen und genau wissen, dass wir es nicht einhalten können. Eine gute Frage ist da aber auch zum Beispiel, was gebe ich nur ungern zu? Wenn du eine Rede im Fernsehen halten müsstest und alle, die dir wichtig sind, alle, die du kennst und viele andere auch schauen zu und du würdest bei dieser Rede über dich sprechen müssen, welche Dinge würdest du am ungernsten zugeben? Ich zum Beispiel würde sehr ungern zugeben und tue es hier in diesem Podcast trotzdem im Kleinen, dass ich zum Beispiel Vegetarier bin, um Tierenleid zu ersparen, obwohl ich wahnsinnig gern Fleisch gegessen habe, in sämtlichen Darreichungsformen, Wurst, Steak, Haxe, Braten, Chicken Wings und so weiter. Jedenfalls habe ich komplett aufgehört, Fleisch und Fisch zu essen, nachdem ich da eigentlich schon jahrelang ein schlechtes Gewissen dabei hatte, habe mich dann schlau gemacht, informiert und dann keine Alternative mehr für mich persönlich zum Verzicht gesehen. Nur gleichzeitig esse ich immer noch gar nicht so selten Milchprodukte und ich weiß, dass die Milchkühe hierzulande nicht gerade hinduistisch verehrt werden. Die müssen zum Teil auch heftig leiden. Naja, das ist jetzt mal ein Beispiel für Abweichungen in meinem Leben, es gibt auch Abweichungen, andere Abweichungen zwischen Wort und Tat. Generell höre ich zum Beispiel manchmal, dass jemand etwas wirklich Cooles macht, was auf die Beine stellt und dann sage ich, boah, das könnte ich auch und wenn du mich dann fragst, super, warum machst du es denn nicht, dann schütte ich so eine Lasterladung voller Ausreden über dich und mich. Naja, jedenfalls diese Dinge sehen wir relativ schnell. Da ist uns relativ schnell klar, wo wir abweichen. Es gibt allerdings auch noch Punkte, bei denen wir vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, um sie sehen zu können. Und auch dafür gibt es ein paar Fragen und Techniken und die erste ist die Frage, was lehne ich an anderen Menschen am stärksten ab? Manchmal liegt es an eigenen schlechten Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, mit anderen, die uns verletzt haben und dann ist ein bestimmtes Verhalten oder eine Eigenschaft deshalb so emotional aufgeladen für uns. Erstaunlicherweise steckt hier und da aber auch was ganz anderes dahinter, wenn uns irgendwas besonders aufregt. Und die Frage, was lehne ich an anderen am stärksten ab, kann uns dann manchmal zeigen, welche Eigenschaften wir an uns selbst so sehr ablehnen, dass wir sie in den Schatten verdrängen und nur noch bei anderen sehen und da aber dann die ganzen Emotionen drauf gehen. Also, was lehnst du an anderen am stärksten ab? Und die zweite Sache ist das sogenannte Johari-Window. Da gibt es ein sehr schönes Modell namens Johari-Window oder Fenster, entwickelt von zwei Psychologen. Das Johari-Fenster hat zwei Spalten und zwei Zeilen, also insgesamt vier Felder. Im ersten Feld stehen die Dinge, die öffentlich sind, also alles über uns, was wir selbst wissen und andere Menschen ebenfalls über uns wissen. Im zweiten Feld stehen Geheimnisse, Dinge, die wir über uns wissen, aber die andere nicht über uns wissen. Im dritten Feld stehen die unbekannten Dinge über uns, die weder wir noch andere kennen. Besonders spannend ist aber das vierte Feld, Dinge, die andere über uns wissen, wir selbst aber nicht. Dieses Feld heißt Blinde Flecken und enthält alles an Verhaltensweisen und Merkmalen und so weiter, was wir aussenden und unser Gegenüber wahrnimmt, was uns aber selbst überhaupt nicht klar ist. Blinde Flecken sind das, was in der Psychoanalyse von Freud unter dem Begriff Abwehrmechanismen fällt. Jede ungelöste Verdrängung zum Beispiel. Und das kommt dann zum Einsatz, wenn wir unsere falschen Handlungen schönreden, rechtfertigen und rationalisieren. Das hätte doch jeder gemacht, das dient einem guten Zweck, ich wollte doch nur helfen. Solche Sätze hört man übrigens oft von Gefängnisinsassen, die ihre Taten so sehr schönreden müssen, dass sie wirklich gar nicht mehr sehen, dass es vielleicht doch was Schlechtes dran war, jemanden zu killen oder zu verletzen oder auszuhauen. An diese blinden Flecken kommen wir selbst nur ganz schwer oder gar nicht mit Selbsterkenntnis ran. Dafür umso leichter, indem wir andere Menschen fragen, ob und wo sie zum Beispiel den Eindruck haben, dass unsere Worte stark von unseren Taten abweichen. Das ist wirklich eine sehr, sehr machtvolle Übung. Das aber nur nebenbei, wir können uns erst mal um die Themen kümmern, bei denen uns schon jetzt klar ist, dass wir was anderes sagen, als wir tun. Themen, bei denen wir mehr Ausreden bemühen, als uns selbst zu bemühen. Und wenn du magst, kannst du jetzt gleich oder vielleicht auch nach dem Hören der Folge einen Stift und Zettel nehmen, oben hinschreiben, wo bin ich noch nicht integer oder authentisch und ohne großes Nachdenken aufschreiben, was dein Gehirn so zutage treten lässt. Du kannst es dabei einfach fließen lassen, es gibt kein richtig oder falsch. Fang an zu schreiben und hör fünf Minuten lang nicht auf, schreib einfach weiter. Wenn dir zwischendurch mal nichts einfällt, dann schreib diesen inneren Dialog hin, so, mir fällt gerade nichts ein, lalalalala. Wichtig ist nur, dass du im Fluss bleibst. Dabei kommt nämlich wirklich manchmal Erstaunliches an die Oberfläche. Das ist der erste Schritt. Wir machen uns klar, am besten auf einem Blatt Papier, wo wir noch authentischer und integrer handeln können. Im zweiten Schritt geht es dann darum, weniger zu reden. Ich steig mal ein mit einem Auszug aus einem Gedicht von Charles Bukowski mit dem Namen Alle reden zu viel. Jetzt geht los. Als mich der Bulle anhielt, gab ich ihm meinen Führerschein. Er überprüfte Baujahr, Fahrzeugtyp und das Nummernschild von meiner Karre. Er füllte den Strafzettel aus, kam auf mich zu und gab mir einen Wiss zum Unterschreiben. Ich unterschrieb und er gab mir meinen Führerschein zurück. Wie kommt's, dass sie nichts gesagt haben? fragte er mich. Ich zuckte mit den Schultern. Wenn wir weniger reden, gibt's auch weniger Worte, die von unseren Taten abweichen können. Und wir sparen uns die Energie für das, was wirklich zählt. Bloß, die Worte, die wir dann aussprechen, haben mehr Macht. Man glaubt sie uns eher und wir selbst glauben sie uns eher. Das größte Problem des Lügners ist nicht, dass andere ihm nicht mehr glauben, sondern dass er sich selbst irgendwann nicht mehr glauben kann. Und das größte Problem desjenigen, der große Töne spuckt und beim Handeln eher so naja ist, ist, dass auch er sich irgendwann selbst nicht mehr traut. Angeblich ist das auch eine besonders schädliche Sache in der Erziehung von Kindern, wenn die Eltern das eine sagen und das andere tun. Das verwirrt das Kind, es bekommt keinen stabilen Rahmen und es wird sich im Zweifelsfall immer daran orientieren, was die Eltern tun, nicht daran, was sie sagen. Jedenfalls weniger reden hat eine Menge Power und zu den großartigsten Vorbildern in Sachen weniger reden gehören die Spartaner. Philipp II. von Makedonien rückte man mit seinem gewaltigen Heer heran und sandte so eine Drohung an die Spartaner heraus. Wenn ich euch besiegt habe, werden eure Häuser brennen, eure Städte in Flammen stehen und eure Frauen zu Witwen werden. Und die Antwort aus Sparta brauchte ein Wort. Wenn. Zu einer anderen Gelegenheit soll Philipp II. einen Diplomaten zu den Spartanern geschickt haben und ihn fragen lassen, hey Spartaner, soll Philipp zu eurer Stadt kommen als Freund oder als Feind? Was einem Ultimatum gleichkam. Und die Antwort war, weder noch. Und als der König von Sparta Demaratus von jemandem ausgefragt wurde über seine Leute und er so langsam echt ein bisschen genervt war und der andere dann fragte, welcher Spartaner ist der Beispielhafteste? Da antwortete Demaratus einfach, der, der am wenigsten ist wie du. Das ist schon viel cooler und beeindruckender als jede kluge, lange Rede. In Extremform ist es so, wie Laotze geschrieben hat, der Wissende spricht nichts, der Sprechende weiß nichts. Das Problem mit Worten ist, wie Seth Godin schreibt, dass sie so schnell ihre Bedeutung verlieren. Sag, etwas oft genug, und es wird zu einem Tick statt zu einem Ausdruck dessen, was du fühlst und woran du glaubst und wofür du stehst. Außerdem verändern Worte allein selbst sehr, sehr selten nur was. Talk is cheap, my darling, wie Chad Faker singt, Worte sind billig und Papier ist geduldig. So, nachdem wir im ersten Schritt darüber geredet haben, dass wir Klarheit brauchen, wo wir noch nicht authentisch sind und im zweiten darüber, dass weniger Worte oft eine sehr gute Sache sind, kommt jetzt Schritt 3, das richtige Tun. Wie war das so? Alle 18 Monate verdoppeln sich die Daten im Internet. Wir brauchen nicht mehr Worte, weder geschrieben, noch gefilmt, noch eingesprochen und mir ist die Ironie schon klar, dass das hier ein Podcast ist und nicht unbedingt der kürzeste von meinem Monk-Podcast. Anyway, es fehlt uns nicht an Worten, es fehlt uns an Taten, an den richtigen. Für mich bedeutet authentisch sein und das richtige Tun, auch nicht unbedingt, dass wir immer sofort den Schalter von 0 auf 100% umlegen müssen. Es geht um die Richtung, darum, dass wir immer mehr verkörpern, was wir sagen, denken und fühlen. Ein Abnehmcoach, der 200 Kilo wiegt, aber schon 100 Kilo abgenommen hat, dem würde ich mehr vertrauen und von dem würde ich mir lieber helfen lassen, als von jemandem, der gerade optisch noch so im Rahmen ist, aber jeden Monat ein Kilo oder zwei Kilo zunimmt, weil er sich im McDonalds voll frisst. Es gibt da eine sehr schöne kleine Geschichte über einen Jungen, der viel zu viel Zucker isst und sich Nutella-Gläser in die Mikrowelle stellt und das Nutella-Schmilz da mit erst trinken kann. So ein kleines 250 Gramm Glas Nutella hat übrigens 1367 Kalorien für alle, die es nachmachen wollen. Im Einschub bei meinen Recherchen zur Kalorienzahl bin ich mal wieder auf die Fieder-Fetisch-Szene gestoßen, also Männer und Frauen, die das erregend finden, ihren Partner zu füttern und regelrecht zu mästen und bin dabei auf Sätze gestoßen in Foren und so wie die folgenden Ich fühle mich auserlesend für eine Fiederin aus dem Leim zu gehen, mich regelrecht mit Fett aufzupumpen, ganz schnell zu wachsen und sie damit zu erregen. Oder auch Wenn er zurückkommt, werde ich ihm wahrscheinlich ein großes Festmahl kochen. Ich kann nicht aufhören, mir darüber Gedanken zu machen, ob er zugenommen hat, seit er weg ist. Ich kann es kaum abwarten, wieder seinen Bauch zu streicheln. Oder auch der Satz Butter ist die Mutter aller weichen, schönen Wampen, habe ich da gelesen. Naja, soviel zu meiner Kalorienrecherche. Wo waren wir? Bei dem zuckersüchtigen Jungen. Die Mutter macht sich jedenfalls große Sorgen um ihn und bevor er so dick ist, dass er nicht mehr laufen kann, nimmt sie ihn an die Hand und geht mit ihm zu einem Zen-Meister. Mutter und Sohn warten einige Stunden, bis sie endlich an der Reihe sind. und dann erzählt die Mutter dem Meister von dem Problem, dass ihr Kind einfach viel zu viel Zucker isst. Was soll ich tun? Und der Zen-Meister sagt, kommt in zwei Wochen wieder und stellt mir dieselbe Frage nochmal. Und die Mutter ist ein bisschen überrascht, aber okay. Und nach zwei Wochen kehrt sie zurück und wiederholt ihre Frage und der Zen-Meister schaut den Jungen an und sagt, Junge, isst weniger Zucker. Die Mutter bedankt sich und fragt, aber warum sollten wir weggehen und zwei Wochen später wiederkommen? Weil, antwortete der Meister, ich zuerst selbst aufhören musste, Zucker zu essen. Das ist doch wirklich stark. Der Meister will erst hinter seinen Worten stehen können, bevor er sie ausspricht. Er will authentisch sein und ist mit seinem Handeln damit hundertmal inspirierender als mit reinen Worten. Es gibt natürlich viele solcher Beispiele auch reale. Da wäre etwa Diogenes, der antike griechische Philosoph. Diogenes hat nicht nur gepredigt, dass man sich mit wenig zufriedengeben sollte, sondern auch freiwillig in Armut gelebt, hatte keinen festen Wohnsitz, hat jede Nacht an einer anderen öffentlichen Stelle wie zum Beispiel unter einem Säulengang gepennt, der Legende nach manchmal sogar einem großen Vorratsfass. Und sein Besitz lässt sich schnell aufzählen. Ein einfacher Wollmantel, ein Rucksack mit Proviant und so ein paar Utensilien und einen Stock. Er hatte auch mal einen Trinkbecher und eine Essschüssel, das beides soll er aber weggeworfen haben, nachdem er gesehen hat, wie Kinder aus den Händen getrunken haben und Linsenbrei in einem ausgehölten Brot aufbewahrt haben. Eines Tages, als Alexander der Große beschlossen hatte, einen Kriegszug gegen die Perser zu unternehmen, haben diesen viele Staatsmänner und auch viele Philosophen aufgesucht und Glück gewünscht und er hat sich vielleicht auch so ein bisschen eingeschleimt und Alexander war etwas verwirrt, dass Diogenes, von dem er wusste, dass er selbst in der Nähe lebte, nicht zu ihm kam. Es ist er selbst aufgebrochen und hat den Philosophen gesucht, um mal zu schauen, warum der da nicht gekommen ist, um ihm Glück zu wünschen. Diogenes lag gerade in der Sonne, als Alexander und seine Gefolgschaft auf ihn zukamen und da hat er sich gereckt und Alexander starr angeschaut und dieser hat ihn dann sehr nett gegrüßt und gefragt, Diogenes, womit kann ich dir helfen? Und Diogenes, der sich wohl alles hätte wünschen können, antwortete bekanntermaßen, geh mir aus der Sonne. Das hat Alexander echt getroffen, aber vor allem war er äußerst beeindruckt vom Stolz und der Größe dieses Mannes. Diogenes hat seine eigene Philosophie zu 100% gelebt, hat sich nie bestechen lassen, ist niemanden in den Arsch gekrochen, hat sich und seine Einstellung für nichts auf der Welt verkauft. Ein zumindest hierzulande wenig bekanntes Beispiel kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Kriegsgeschichten finde ich immer sehr schwierig, weil mir Krieg insgesamt so sinnlos und unnötig vorkommt und ich auch nicht Gefahr laufen will, da irgendwas zu glorifizieren, aber zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg war es nun mal nötig, dass sich Menschen gegen die Nazis und deren Verbündete stellten und der Krieg zeigt nicht nur die schlimmsten Seiten von uns Menschen, sondern manchmal auch ein paar von den Besten. In diesem Zweiten Weltkrieg gab es einen Jungen namens Jack Lucas, der behauptet hat, er sei viel älter als er ist. Seit 18 war er gerade mal 14 und hat sich so ins amerikanische Militär geschmuggelt, weil er unbedingt für das Gute kämpfen und Leben retten wollte. Drei Jahre später, 1945, kurz nach seinem 17. Geburtstag, kamen plötzlich zwei Granaten genau auf ihn und seine drei Kameraden zugeflogen und es war klar, dass sie nicht mehr fliehen konnten und vermutlich alle sterben würden. Und was machte Jack, der gerade 17 geworden war? Er schiebt die eine Granate in den Schlamm im Boden, legt sich drauf, greift nach der zweiten Granate, reißt sie ebenfalls unter sich, um wenigstens sein Team zu retten und die Granaten explodieren. Und wie durch ein Wunder hat er überlebt, 26 OPs waren nötig, um die insgesamt 250 Splitterteile in seinem Körper zu entfernen. Und er ist einer der jüngsten Träger der Ehrenmedaille, die jemals der damalige Präsident Truman verliehen hat. Das ist echt ein abgefahrener Typ und 10, 15 Jahre später hat er, um seine Höhenangst zu überwinden, ist er nochmal neu ins Militär eingetreten, um Fallschirmjäger zu werden. Und bei einem seiner Trainingssprünge haben beide Fallschirme versagt, auch der Notfallschirm. Und er ist auf dem Boden aufgeprallt und hat überlebt, was er, wie er behauptete, seiner stämmigen Figur verdankte. Was für ein krasser Typ, ein Typ, der mehr Taten als Wurte macht. Oder ein anderes Beispiel, denken wir an Nelson Mandela, der für die Gleichheit und Freiheit gekämpft hat und eingesperrt wurde und der trotz all der unfassbaren Ungerechtigkeiten, die ihm angetan wurden, nicht von seinem Kurs abgekommen ist. Obwohl man das wirklich hätte verstehen können. Ich weiß nicht, ob ich nicht schon nach kurzer Zeit durchgedreht wäre. Nachdem Nelson Mandela insgesamt 27 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, darunter 18 Jahre in einer 5 Quadratmeter großen Zelle, in der jahrelang auch das Fenster zugemauert war und als sein erstgeborener Sohn 69 bei einem Autounfall gestorben ist, durfte er nicht mal für eine Stunde zu der Beerdigung. Jedenfalls ein Mann, der zwölf Jahre lang der Gefängniswärter von Mandela war, schilderte in einem Interview der FAZ folgendes. Mandela sollte in den ersten Jahren so weit wie möglich von anderen Häftlingen im Gefängnis isoliert werden. Das bedeutete, dass er nur sehr selten seine Zelle verlassen durfte. Jeden Morgen um sieben habe ich Mandelas Zelle aufgeschlossen und ihm das Essen gebracht. Danach musste er, wie alle anderen Insassen auch, selbst seine Zelle säubern und die Wasch- und Toilettenkanister leeren. Danach stand meist schwere Arbeit im Steinbruch auf dem Programm. Gegen Mittag und später am Nachmittag hatte er immer je eine Stunde Hofgang. Die meisten Häftlinge spielten in dieser Zeit Tischtennis miteinander, aber Mandela hatte eher wenig Interesse daran. Er verbrachte jede Minute seines Freigangs in dem kleinen Gefängnisgärten, wo er Gemüse anbaute. Immer, wenn er in den Garten sein konnte, war er zufrieden. Manchmal sprach er sogar mit den Pflanzen. Mandela, so geht's weiter, versuchte die Anstalt in gewisser Weise zu einer Art Universität zu machen. Ihm war daran gelegen, dass Häftlinge, die als ungebildete Männer auf die Insel kamen, das Gefängnis zumindest als gebildete Männer wieder verließen. Er sagte immer, Bildung sei das Einzige, das einem nie weggenommen werden könnte. Eines Tages schmuckelte er, Mandela, sogar einmal Schokolade mit einem Brief an meine Frau aus dem Gefängnis, in welchen er darauf beharrte, sie möge dafür so getragen, dass ich mich immer weiterbilde und vielleicht sogar ins Studium anfange. Ich war natürlich ziemlich überrascht, als ich davon erfuhr, aber für ihn war es ganz selbstverständlich, dass er sich um so etwas Gedanken machte. Ja, nachdem Mandela endlich freigelassen wurde, sagte er, als ich auf das Tor zulief, das mich zu meiner Freiheit führen würde, wusste ich, wenn ich meine Bitterkeit und meinen Hass nicht zurücklassen würde, werde ich immer noch im Gefängnis bleiben. Wie immer sollen diese Beispiele nicht heißen, dass wir sofort die Welt retten müssen oder irgendwas. Ich denke, da geht es eher darum zu sehen, was in uns allen steckt. Uns sprechen schließlich die Geschichten und die Vorbilder am meisten an, die ein großartiger Anteil auch in uns stecken. Tief in uns wissen wir, denke ich, dass wir selbst heldenhaft sein können, selbst eine Menge Mut in uns tragen. Und für mich fängt heldenhaft genau da an, wo wir tun, was wir sagen, wo wir authentisch und glaubwürdig sind und nicht nur zu reden, sondern zu leben, wie wir es für richtig halten. Wo wir aufstehen für unsere Werte und nicht nur auf der Couch liegen und darüber reden, was wir alles tun könnten und wie wir sein könnten. Gibt es denn etwas bei dir, wo du ab heute noch mehr zu deinem Wort und zu deinen Werten und zu dir selbst stehen willst? Das war es von mir für heute. Vielen Dank, dass du denen irgendwie doch vielen Worten zugehört hast. Ich weiß, dass du viel zu tun hast und es nicht selbstverständlich ist, dass du dem MyMonk-Podcast ein bisschen für deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Und ich freue mich sehr darüber. Und wenn du jetzt noch 30 Sekunden Zeit hast, würde ich mich riesig freuen über deine ehrliche Bewertung bei iTunes. Oder wenn du den Podcast dort oder woanders abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ich freue mich auch, wenn du jemanden weiterempfiehlst oder mir eine Nachricht schreibst, zum Beispiel bei Instagram, einfach mal nach MyMonk suchen. Also vielen Dank, so viel von mir. Einen hoch erfreulichen Tag dir und ich sage bis bald vielleicht. Ciao. 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 Ciao.